Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Sprakuko Deutsch lernen. In diesem Video spreche ich über die sogenannten Wechselpräpositionen. Was sind denn überhaupt Wechselpräpositionen? Als Wechselpräpositionen bezeichnet man Präpositionen, die in der Funktion einer lokalen Angabe ihren Fall wechseln. Sie können im Dativ oder im Akkusativ stehen. Schauen wir uns nun an, wann sie im Akkusativ stehen. Wechselpräpositionen werden im Akkusativ gebraucht, wenn die lokale Angabe eine Richtung angibt. Diese Richtung kann man auch erfragen mit dem Fragewort wohin. Schauen wir uns Beispiele dazu an. Wohin gehst du? Als Antwort auf diese Frage könnte ich beispielsweise sagen, ich gehe in den Supermarkt oder ich gehe ins Kino oder ich gehe in die Bücherei. Alle Lokalangaben stehen hier im Akkusativ. Wichtig ist, dass das Verb auch schon eine Bewegung ausdrückt. Anhand des Verbs kann man also schon erkennen, dass die folgende Präposition bzw. Präpositionalangabe im Akkusativ stehen muss. Zu diesen Bewegungsverben gehören beispielsweise gehen, fahren, rennen oder auch laufen. Wichtig ist einfach, dass man sich klar macht, dass es um eine Bewegung geht von A nach B. Im Gegensatz dazu stehen lokale Angaben im Dativ, wenn sie einen Ort bezeichnen. Dieser Ort ist auch mit wo erfragbar. Schauen wir uns Beispiele dazu an. Auf diese Frage könnte ich antworten, ich bin im Supermarkt oder ich bin im Kino oder ich bin in der Bücherei. Hier stehen alle Lokalangaben im Dativ. In diesem Satz sieht man auch, dass es kein Verb gibt, das eine Bewegung bezeichnet, sondern eher ein Verb, das statisch ist bzw. einen Zustand angibt. In diesem Beispiel haben wir das Verb SEIN. Ich bin in der Schule. Ein anderes Zustandsverb wäre beispielsweise Wohnen. Es gibt aber auch Verben, die mit einer lokalen Angabe im Dativ oder Akkusativ stehen müssen. Dazu gehören beispielsweise die zwei Verben STELLEN und STEHEN. Schauen wir uns Beispiele dazu an. Ich stelle das Paket vor deine Tür. In diesem Beispiel benötigt das Verb eine lokale Angabe im Akkusativ. Diese Lokalangabe ist allerdings erfragbar und zwar mit WOHIN. Wohin stellst du das Paket? Ich stelle das Paket vor deine Tür. Im Gegensatz dazu benötigt das Verb STEHEN eine Lokalangabe im Dativ. Schauen wir uns einen Beispielsatz an. Ich stehe vor deiner Tür. Auch diese Lokalangabe ist erfragbar. Ich könnte fragen, wo stehst du? Ich stehe vor deiner Tür. Im Dativ. Zu den Verben STEHEN und STELLEN, LIGEN und LEGEN, HÄNGEN, SITZEN und SETZEN habe ich schon ein Video gemacht. Ich habe den Link in der Beschreibung des Videos beigefügt und wünsche euch auch viel Spaß bei diesem Video. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert oder einen Kommentar hinterlasst. Ich freue mich schon auf das nächste Video für und mit euch und wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Deutsch lernen. Bis bald und tschüss!